ja aber dann wird der blöde Mörser wird es deswegen habt ihr Verluste aber wann das wird teilweise doch schienen hier gerade das ja gut kann man sie natürlich nicht erkennen ja gut gucken wir mal Pioniere haben sie gesagt, das wird ein Spaß, haben sie gesagt Pioniere melden sich zur Stelle ah Reparaturen werden eingeleitet was er gerade gesagt hat, das habe ich auch nicht gehört, das Semple naja, was so ist jetzt machen wir mal den hässlichen kleinen Scheiß, Mörser-klein ist schon so gut wie erledigt ach, das ist schon ein neuer natürlich so und jetzt wieder unsere gewohnte Kameraperspektive gut, so sieht man vielleicht nicht ganz so viel ja, so so eine Art Tower-Defense na, mehr oder weniger Tower-Defense mäßig doch kann man in dem Moment schon sagen na gut damit es jetzt auch nicht ganz so langweilig wird für euch, baue ich jetzt ja noch einen im Genes Tinder, da ist die Reihe hier schön voll und dann geht es ja weiter so ähm ah ja, ja gut, dann reparieren wir dann hier nochmal ein bisschen nur für den Fall, doch Fälle es wird Zeit, einige Krawlräder zu legen ah ja, hier oben, ja da sind ja auch wieder die ganzen Herrschaften um es einfach mal so auszudrücken in den Gebäuden Crocodile, Herr hat hier jemand die Kavallerie gerufen? ah ne, ich, ne ach ja, es ist nichts übrig geblieben diese verdammten Gewehre dann mach ich mal eins was ich hier leider nicht kann, okay äh, äh Mist hm, weil ich würde jetzt gar nicht hier den Punkt einnehmen wollen und das muss schnell passieren das muss wirklich schnell passieren da würde ich für Notfall denn mit dem nämlich mit, da lasse ich für Notfall denn den ja da von mir aus können die Krauts jetzt kochen gut, da paren sie es erst mal ganz dann reparieren wir diese Stellung noch und da soll sich gefälligst beeilen, dass er hier rauskommt so dann bilden wir jetzt mal zwei Flanken davon habe ich so die gehen mit dem Panzer also ich denke das sollte ein Stück vorhalten so die andere Seite hat die Einheiten die jetzt sind wir mal ganz kurz die haben keine Chance das ist also was alter geht mir nicht auf meine Eier so ätzend der Typ ganz ehrlich da will man doch einfach nur draufhauen naja gut also wie mache ich das jetzt denke mal direkt drauf und ich habe das schon mal ausgewählt das ist nämlich genau das was wir jetzt machen das ist feindliche Einheit ausgezeichnet Fahrbereitschaft zerstört ich wurde gebrochen wir müssen los werde beschlossen verliebe jetzt bloß nicht die Dauken zum Teufel mit deiner Mutter diese Schweine schießen auf uns wir sind bereit wir gehen auch keine Damen ein 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 das ist eine schöne Ruhe es wird in Deutschland der 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 die du so was ist hier oben los Was? Immer noch so viele Einheiten, Alter. Wow. Feindliche Einheit ausgescheitert. Feindliche Gruppe ausgescheitert. Die hier lieben, raus wollen, müsst ihr ihren Beschuss irgendwie. Hier ist gesichert. Gut gemacht. Keine Leine. Geben mir voll. Bereit machen, Jungs. Wir verschwinden von hier. Gut Orten haben wir bekommen. Ich meine, das ist nur auch wieder ein leichter Orten, den kann man jetzt doch relativ easy bekommen. Der Krieg gewinnt sich nicht man selbst. Wo ich dann auch mal sage, das machen wir einfach mal mit. All die MG-Stellungen leisten gute Arbeit. Das ist... Schön. Jungs, ihr habt den Mann gehört. Verstanden. Verstanden. Jungs, ihr habt den Mann gehört. Der Zürcher hat Ziel eingenommen. So. Krokodil, hier einfach. Mannschaft unter Bischof. Wir wollen nur wissen, wo die Deutschen sind. Schnappen wir uns diese Zielposition. Gut, hier oben ist jetzt relativ viel weit draufgegangen. Und wie wir das einnehmen werden. So. Unsere Einheiten melden Verluste. Unsere Einheiten melden Verluste. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Gut, Mörser brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Bin ich... Sagen wir jetzt einfach mal so, wie es ist. Pioniertrupp brauche ich noch einen. Auf jeden Fall brauche ich da noch einen. Einsatzbereit. Was ist hier oben jetzt noch übrig? Ein bisschen was. Ach halt. Da muss ich den ja gar nicht produzieren, wenn ich den noch hab. Oder? Da mach ich mir lieber noch so ein. Gut. Pioniertrupp. Der kann jetzt hier oben schon mal ausbauen. Zu mir, Leute! Und das könnte ich jetzt ja auch erobern. Hier sind die Jungs von der Army. Wir müssen endlich von hier weg. Sichere Zielobjekte. Kantenbereitschaft hergestellt, Sir. Erobern das Treibstofflager. Die schwere Kammer ist bereit für die Schacht. Wir brechen die Zeit ab. Das macht uns keine Angst. Schnappen wir uns diese Zielposition. Die Mg-Stellen leisten sehr gute Arbeit. Woher die sind zwar schon gar nicht mehr so gut bestellt, aber ich denke, für das, was wir wollen, reicht's. Hm. Die Zielposition ist gesichert. Vielleicht sollten wir uns hier ein... Vorgelagerte Fahrbereitschaft gesichert. Ah, sehr schön. Jetzt seid doch mal leise, Leute. Verstanden. Hier machen wir jetzt gleich mal wieder ganz. So. Das war's. Konstruktion ab, Herr Brotter. Und dann haben wir nämlich die Mission auch gleich geschafft, wenn das so schön weiterläuft. Zuhören, Leute. Bewegung, Männer. Johnson, du gehst nach vorne. So, hier auch noch ein bisschen das. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Guck. Crocodile, hier. Crocodile, hier. Ah, ja doch. Das funzt. Crocodile, hier. Groß. Reparatur und abgeschlossen. Ich finde, dass dieser Blechklumpen in Bewegung gesetzt wird. Aber gut, wenn's jetzt XP bringen würde, können wir das auch hier noch ganz, ganz lang so weitermachen. Aber da uns das absolut gar nichts bringt. Rönt mir zu. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Gehen wir jetzt dort hoch. Crocodile, hier. Die beiden schick ich hier hin. Schon, hol alles raus. Schwerer Panzer hier. Hier, hier, in Bewegung. Komm schon, hol alles raus. Dann hab ich ja schon mal den Angriff bereit. Ranger schießen nie vorbei. Das möchte ich hoffen, dass er nie vorbeischießt. Die Deutschen dürfen dieses Zeug nicht in die Finger bekommen. Sechs und sieben. Und hier oben das Rebar immer trotzdem wieder ein Bild. So, jeder mag geröstete Sachen. Und jeder mag Bomben. Zu. Ja, komm, mach hin. Aber es funzt gut. Gut. Barsch. Barsch. mit dem Mann kleinen Rückzug machen ich glaube da brauche ich doch noch mal einen Panzer gut dann reparieren oben noch ein bisschen mehr als wir es bis jetzt schon getan haben Feuer jetzt gibt es Tote meine Freunde wir haben noch genug Männer Ranger wir sind uns in zwei ein paar Kugeln um die Ohren vollwärts sehr gut Bewegung auf die Anstände verdammt Köche ist endlich die Crowd infanterie sie ist auf uns wir sowas brauchen wir als verdammte Bazooka Feuer wir werden von den Crowds aufs Korn genommen auf die Straße schießt Rager eignet die Köpfe unten und wie wir das einnehmen werden die Musik die Call kam die gefällt mir ah Panzerfähig die Kavalerie wird ins Schlagfeld wir haben Verluste mach einfach ja das ist klar dass ihr Verluste habt die Männer sind in Formation Sir von mir aus können die Dach es ist nichts üblich geblieben Sektor gesichert in Formation Waffe Brown sichere die Waffe los ne halt alle erstmal alle erstmal hier her jetzt wartet einmal hier schön verstärkt ich muss auch hier keine neuen Einheiten machen das ist ja Quatsch schnitt o 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 Oh, der ist doch ganz schön damaged. Ein Stück zurück. Der nicht. Der noch. Der muss auf jeden Fall auch noch reparat werden. Oh, ich muss gleich niesen. Moment. Sorry. Aber ich konnte es jetzt einfach nicht mal zurückhalten. Es hat schon ganz lang gedrängelt. Feuer auf den Mörser. Oh, wie viele Mörser hier stehen. Oh mein Gott. Noch einer mehr. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Feindliche Infanterie ausgeschaltet. So, der ist schon voll. Und die Anwärmung haben wir aber gehört. So, ich habe jetzt sechs, elf Einheiten frei. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dann, du noch einen elften. Wen haben wir eigentlich hier noch? Ah, ja, mein Sniper. Gut, der Sniper, der darf sich jetzt ausrund, der darf hier ans Haus gehen und will Kaffee trinken. So, die Nase kratzen und... Baume noch kurz den Punkt aus hier, wenn wir schon mal da sind. Dann richtig. Ein bisschen Auktion. Okay. Wer hat die Kavalerie angefordert? Wo werden wir gebraucht? Fahr! Hier ist die Kavalerie. Ich sag alle, aus Woche kennen. Es wird Zeit, dass wir den Deutschen eine Lektion erteilen. Verstanden. Marsch bereit. Verstanden. Hier spricht die Kavalerie. Und jetzt kann ich hier auch in guter Manier vorrücken. Ah, ein Zugpanzer. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Uh, ich nehme was ganz schön lang auf, sehe ich gerade. Naja. Und jetzt können wir hier auch schön alles kaputt machen. Aber ich meine, ja, das ist schön, weil uns stört ja jetzt ja nichts mehr. So, die stellen wir mal dorthin. So. Genau, lade nach. Immer gern gesehen. Jetzt können wir euch bewegen. Stopp. Keiner bewegt sich. Noch nicht. Jetzt können wir euch bewegen. Lade. Ah, halt. Ah, den hier. Ah, halt. Stopp. Los. Laufet. Okay. dort hinten drinnen versteckt da sich na und aber leichtes mg 42 hi hi brauchst nicht so zu hören keiner tut dir was er hat ja auch nur angst moment das ist jetzt alles was wir zu bieten haben und das greift jetzt an auch laubort doch nicht rum hier ihn verschuldet nicht so war Rande, Schütze! Werder fahren! Die wir schaffen! Feindliche Einheit ausgeschaltet! Nehme den Feind unter Beschuss! Greife den Feind an! Die Schweine nehmen uns aufs Kopf! Feind gemacht, Leute! Ziel vernichtet! Entdeckung! Feuer! Und wie alles brennt! Ah! Ich wollte schon sagen, Hauptmann zur Achsen möchte! Das war's! Jetzt können sie nirgendwo mehr hin! Jetzt haben wir sie! Entweder sie kommen zu uns oder sie gehen ins Meer! Sie dürfen auch ins Meer gehen! So, und da haben wir die Mission auch schon geschafft, liebe Freunde! Das war ja mal wunderbar! Da sind wir mal ganz kurz gestreckt! In Ordnung! Bleibt in Bewegung! Geht weiter! Ja, Fritz! Der Krieg ist vorbei! Vorwärts! Sergeant Conti, das Hauptquartier hat einen Spezialauftrag für uns! Wir rücken ab! So, und die Mission hätten wir damit auch schon wieder erfüllt! Ich weiß jetzt noch nicht genau, wann ich es nächst aufnehmen werde! Ich weiß nur, dass hier viele Folgen kommen werden, einfach weil ich Folgen auf Vorrat brauche! Ich kann nichts dafür! Für euch ist es halt leider Gottes so! So, und wir gehen jetzt auf das Hauptmenü, haben die Mission geschafft und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Company of Heroes, Taste of Whaler! Und, ja, mal gucken, was wir dann machen! Ich denke, wir machen dann auch die Sankt Frommon! Kleiner kurz durchlesen! Operation Cobra, die Elbe-Komanie wurde in den Sektor von Sankt Frommon verlegt, der für die dort weitläufig wachsenden Hacken bekannt ist! Ihre erste Mission besteht darin, die Ortschaft Sankt Frommon zu sichern und einen Brückenkopf über den Fluss zu errichten! Das wird schön, weil ungefähr... Ihr seht ja jetzt nicht, wie ich auf Bildschirm zeigt, das ist ja auch... Äh, hier hinten ist ein Hauptquartier von den Deutschen, was immer wieder Nachschub von allem bringt! Wenn ich das wieder so hinkriege, wie ich es selber privat mal geschafft habe, werden wir das Hauptquartier gleich mit angreifen und vernichten! Das könnte klappen, das weiß ich auch noch nicht, aber das alles und noch ganz viel mehr wieder beim nächsten Mal! Und ich würde sagen, bis dahin, euer Münchsamleins! Tschüss!